Dinkes Dunkel Umdrängte die Schiffe Es leuchtet Am Himmel Weder Mond noch Stern In schwarze Wolken gehüllet Niemand erblinkte Daher Mit seinen Augen die Insel Allmählich geht die Sonne auf Wenn man die ganze Zeit Hart an den Rudern arbeiten muss Lang nichts richtiges mehr gegessen hat Dann sieht so eine Ziege Ganz schön appetitlich aus Also raus mit Pfeil und Bogen Und schnell was zum Frühstück geschossen Hahahaha Hahahaha Oh no Und dann, dann kommt er auch. Ein Riese, grässlich gestaltet, mit nur einem Auge, mitten auf der Stirn. Dessen schärfen Odysseus Gefährten den Hirtenstab des Zyklopen mit ihren Schwertern und machen ihn spitz. Und dann herrten sie ihn über dem Feuer. Der Zyklop heult auf und brüllt. Und von den benachbarten Inseln brüllen seine Zyklopenbrüder zurück. Was prügst du so? Hat dir jemand was angetan? Und der Zyklop antwortet. Niemand hat dir was angetan! Ja, super! Ja, wir werden langsam schneller! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Äolos ist ein guter Freund der Götter und außerdem der Herrscher der Winde. Gibt ihm noch ein paar gute Tipps für die Weiterreise? Nicht den Schlauch abmachen, ne ist klar, komm doch mal schnell aufs Klonen, dann hopp. Und so machen sie sich wieder auf die Reise. Musik Hey! Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Was glaubst du mal, was da so genau drin ist? Keine Ahnung, irgendwelche Lüftchen, oder? Wie man es wohl aber sieht, wenn man ein bisschen aufmacht. Keine Ahnung. Glaubst du, es riecht auch irgendwie komisch? Sollen wir mal ganz kurz gucken, noch einen kleinen Blick reinmachen, nur ganz kurz. Na gut, na gut. Ich mach mal eben ein bisschen auf. Nur mal kurz das Ding hier ganz kurz aufmachen. Musik 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 Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als sich wieder auf den Weg zu machen mit Ihrem kaputten Schiffsbrack. Musik Um die Mauern herum wandeln Wölfe und Berglöwen mit goldenen Mägen. Musik Musik Ach, wo kommt ihr denn her? Was verschlägt euch denn hierher? Und so schöne starke Männer, kommt herein, kommt herein, kommt herein. Musik Musik Da werden Sie auf einmal alle immer fetter. Es wachsen Ihnen in Borsten. Die Nase wird platt und rosa. Musik Sie hat sich verwandelt in Schweine. Musik Wie klingt das denn wohl, so eine ganze Bande verzweifelter Schweine? Ich höre schon, ein sehr verzweifeltes Schweine. Könnt ihr das alle? Musik Ja, nicht schlecht, aber ich glaube, wir können das noch lauter. Musik Könnt ihr das auch so, richtig verzweifelt? Musik Verzweifelt? Große Schweine können auch grunzen. Musik Musik Meine Arten, Freunde. Musik Meine Arten, Freunde. Es sind alle Schweine. Musik 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 Mitten in die unheimliche Stille hinein, hört er, wofür ihn Kirke so eindringlich gewahrt hat, den Gesang der Sirenen. Musik Musik Komm, der Sohn, Odysseus, du großer Ruhm der Achaia, lenke dein Schiff ans Land und horche unserer Stimme. Musik Wie er den Weg in die Heimat auf seine Insel Ithaka aber endlich findet, das ist eine andere Geschichte. Musik 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 Applaus